Willkommen im Studienportal Brustkrebs unter der Leitung des Forums Gynäkologische Onkologie. Ich bin Professor Blomer, reite die Klinik für Gynäkologie mit Brustzentrum hier an der Charité, bin Mitglied des Subports Neo-Adivante Therapie der GBG, Mitglied und Vorsitzende der Studiengruppe Mama Carcinum de Nogo, Prinzipien Investigator und Studienarzt der Studiengruppen WSG und SACSES. Und gemeinsam mit Professor Kümmel habe ich dieses Studienportal initiiert, aufbauend auf den Erfahrungen des Studienportals Gynäkologische Onkologie, das hier erfolgreich läuft. Wir vermitteln Ihnen nicht nur Fakten zum Brustkrebs, sondern geben Ihnen auch Hilfe in verschiedensten Lebenslagen, insbesondere zum Thema Brustkrebs. Und wir betreiben dieses Studienportal. Dieses Studienportal zeigt Ihnen auf einer Deutschlandkarte, wo in Ihrer Nähe Studien angegeben werden und zeigt Ihnen auch, welche Studien für Sie in Frage kommen, sodass Sie sozusagen Wahlmöglichkeiten haben. Um diese Wahlmöglichkeiten ausnutzen zu können, gehen Sie bitte auf unsere Seite, klicken den Reiter Studienübersicht an und geben dort die Ihnen bekannten Daten ein und erhalten dann Auskunft, welche Studien wo für Sie in Frage kämen. Ich wünsche Ihnen bei der Benutzung unserer Seite viel Erfolg, hoffe, dass Sie durch unsere Seite besser behandelt werden und wenn Sie Fragen haben sollten, wenden Sie sich an die angegebene E-Mail. Vielen Dank.